Mal ganz kurz Budapai, die Fische. Dieses Video erscheint um 0 Uhr am 2. April. Grund ist dafür, dass ich am 1. April ein kleines, ja ein typisches 1. April Video veröffentlicht habe. Und zwar das Technik-Set, das rauskommt, oder das zusätzliche, diese Robotik-Sets. Das war ein reiner April-Scherz. Es gab weder Kontakt mit einem Lego-Mitarbeiter, noch gab es einen Chatverlauf. Das entsprang alles meinem Kopf. Alles erstunken und erlogen. Nur damit ich einen coolen April-Scherz für euch habe. Falls ich euch in Irre geführt habe, tut mir leid, aber ein bisschen Wunschdenken war dabei. Noch einen kleinen Kasten Lego-Technik mit ein bisschen Selbstverwirklichungsfläche, mit ein bisschen Teilen, wo man selber was bauen kann. Und vielleicht nach Fernbedienung für Control Plus. Das wäre doch was Cooles. Und aus dieser Idee entsprang eben dieser 1. April-Scherz. Und ich nehme das jetzt gerade mit dem Handy auf meinem Boden auf. Hier im Hintergrund mein Lego. Ich muss das einfach auflösen. Wenn ihr das Video geschaut habt, ich meine, heute am 2. April kommt definitiv noch ein Video. Keine Sorge, kommt ein Review von der Lego Ideas-Schmiede. Und ich hoffe, ich habe euch nicht zu arg gepoppt mit dem Technik-Leak.